Vierte Folge von Let's Play Metro Last Light. Wir wurden eben gefangen genommen, wissen noch nicht so richtig von wem. Hoffentlich nicht die Faschisten, hoffentlich nicht die Kommunisten. Das stand doch an dem Wagen schon dran, Reich. Echt? Ja, stand dran. Oh, du hast mir besser aufgepasst. Ich habe auch ein Knie für den Guck, der mir ins Gesicht gibt. Fairerweise muss man an der Stelle ganz kurz, bevor du weiterspielst, sagen, das merkt man jetzt in der deutschen Version natürlich nicht, in der englischen Version. Stimmt, so ein deutscher Akzent oder sowas? Nee, aber dieses Guten Morgen, was er am Ende gesagt hat, das ist in der englischen Version dann natürlich, dass der Satz vorher auf Englisch ist und dieses Guten Morgen sagt er dann tatsächlich auf Deutsch Guten Morgen. Das merkt man jetzt so natürlich nicht. Ah, okay. Na gut, jetzt soll ich jeweils ein bisschen verdorben gehen. Diese Gefangenen wurden am botanischen Garten festgenommen. Anscheinend haben sie etwas gesehen. Diese beiden sind rote, weigern sich aber zu reden. Der dritte sieht nach einem Ranger vom Orden aus. Ein Mutant von der Größe eines Kindes wurde in ihrer Nähe erwischt. Er wurde ebenfalls als Reich ausgeliefert. Darum kümmere ich mich später. Der hier? Vermutete Mutation. Nein, nein, ich bin normal. Seht ihr? Zwei Arme, zwei Beine, zehn Finger. Versteht ihr nicht? Ich bin ein Bürger der Hanse. Klappe halten! Du bist hier nicht in der Hanse. Hier wirst du verdächtigt, fehlerhafte Gene zu verbreiten. Und das ist deine Prüfung. Wenn dein Schädel die richtigen Proportionen hat, kannst du gehen. Wenn nicht, bist du eine Abscheulichkeit. Wissenschaft, verstehst du? Das ist ein Skandal! Ich hab dir gesagt, du sollst stillhalten. Und? Mal sehen. 318 Millimeter mal 302. Gucken wir mal in die Tabelle. Oh, Glückwunsch! Du bist ein Mutant! Nein! Nein! Oh! Zum Müllschlugger. Eine einfache Frage. Welchen Auftrag hattest du im Garten? Fahr selbst zur Hölle! Faschist! Puh! Ich zähle bis drei. Eins. Die rote Linie lebe hoch! Zwei. Röglebe genossen Moskwie! Drei. Bitte, bitte. Ich rede auch. Aber nichts von den anderen, ja? Die bringen mich um, wenn sie das hören, okay? Bringt den hier zur zweiten Einheit. Normalerweise mischt sich das Reich nicht in die Angelegenheiten des Ordens ein. Aber hier haben wir euch, die Roten und den Freak, alle zusammen im gleichen Netz gefangen. Das gefällt mir nicht. Also rede, oder du kriegst eine Kugel ins Hirn. Auf den Offizier! Auf den Edeo! Wow. Hat sich ausgereicht. Wem reicht's? Hier, nimm das Messer. Behaupte es. Ähm, du gehörst also zum Sparta-Ordel? Ich bin von der roten Linie. Unsere Vorgesetzten verstehen sich nicht besonders fast. Aber ich würde sagen, scheiß drauf. Scheiß drauf. Halten wir zusammen, hm? Ich verstehe, ich verstehe. Ein fettengestuertes Schloss. Eines ist sicher. Wir kommen hier nur lebendig raus, wenn wir zusammenarbeiten. Gut, also. Was hatten die über den Müllschlucker gesagt? Da kannst du jetzt echt nicht die Waffen aufnehmen. Videospiel-Logik. Das ist total bescheuert. Ja. Ich finde übrigens, die Glatzköpfe in dem Spiel sehen irgendwie alle aus wie dieser eine Typ aus dem ersten Black Ops-Spiel. Der auf diesem berühmten Bild mit dem Vietnam-Hubschrauber-Mintergrund drauf ist. Und dann trennen wir uns. Oh, wir haben uns doch gerade erst kennengelernt. So. I. So. Ja, klar. Hat Jom Kopf über. Cleverer Junge. Scheiße, wir spielen wieder den Idioten. Wie in echt. Oh, Vorsicht, Herr Frank. Was muss aufbrechen? Ja. 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 Auf der anderen Seite ist ein Tunnel. Okay. Ich gehe vor. Du folgst mir. Und jetzt bleib leise. Sonst erledigen die hier alle. Lass uns aufbrechen. Bleib vom Licht weg und in den Schatten. Die Schatten sind dein bester Freund. Ah. Knapp. Okay. Da, 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 da. Anscheinend haben wir das hingekriegt. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ein Gitter. Ach. Mist. Pech. Wackelt nicht einmal ein bisschen. In Ordnung. Da kommen wir also nicht durch. So viel wissen wir jetzt. Okay. Wo gehen wir jetzt hin? Was, wenn... Hey. Hey. Heb mich mal hoch, ja? Sieht so cool aus. Das Reich hat es dir sicher sehr schön gemacht. Das jetzt vielleicht nicht, aber so die Beleuchtung und so. Die Beleuchtung ist echt der Hammer. Eine coole Hände in der Filme. Geh runter und mach keine plötzlichen Bewegungen. Und jetzt vorsichtig, ja? Wir klauen. Du kannst nur schalten. Wir schützen unschuldige Leben, indem wir dich einfach erschießen. Nein, wir werden ihn nicht erschießen. Danke, Herr. Bewegung. Unser Anführer sagt, das Erschießen sei für Mutante zu gut. Ich habe nichts Besseres verdient als der Erz. Ach, die Nazis. Was für ein freundlicher Haufen. Kann ich einfach nicht böse sein. Nee. Ich möchte ihnen einfach nur das Genick umbilden. Du nimmst den rechten, ich den linken. Ich lenke meine ab und du erledigst deine. Verstanden? Also los. Aber nicht zu früh anfangen, ja? Aber was können wir denn los? Bitte, bitte. Ich bin... Darf nicht zu früh. Ach, guck mal, jetzt kannst du zwei Sachen machen. E ausschalten, V zu töten. Dann machen wir lieber E, ne? Was ist denn klar? Was ist denn da so gut aus? Hau ihn! Ja, klar. Vielen Dank. Du bringst den um. Ja, hallo. Jetzt sehen wir bestimmt nicht das gute Ende. Wir sollen bestimmt nicht töten. Meinst du? Ja, das war's jetzt, danke. Was war's? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ach, nicht töten oder was? In dem Spiel. Also wenn wir am Ende nicht das gute Ende sehen, dann war das Martins Schuld, eben gerade mit der Szene. Wir sind sowieso erledigt. Ich muss es am Ausspielen halt. Öffnest du bitte die Zellen? Die Schaltung ist da oben im Wachraum. Bitte. Oh, die Schaltung oben im Wachraum. Nee, aber das kann ja eigentlich nicht sein, oder? Ob man jemanden... Okay, schraub die Glühbirne raus. Und gerade die Nazis, das kann ja nicht sein, dass das böse Ende nicht ist, wenn man die nicht umbringt. Was ein bisschen anstrengend ist, man muss Steuerung gedrückt halten. Das kann man bestimmt in den Menüs umschalten. Ja, vielleicht. Das nervt ein bisschen. Was rummelt denn der da rum? Schauen wir nach rechts. Das macht das Licht aus, bestimmt hier. Ah, verbindlich. Das wundert den anderen Soldaten auch gar nicht. Hat zwar sofort seine Head, äh, seine Kopfbeleuchtung angeschaltet, aber... ...als wenn wir für dich etwas übrig hätten. Du bist on aim. Schmack. Mal beides probieren. Aber nimm ihm, nimm sein Zeug mit. Oh, okay. Bist du nicht hier, um eine Spaziergang zu machen? Versuch aber etwas diskreter zu sein. Ich möchte nicht für deine Fehler bestraft werden. Was sollen ihn denn noch antun? Sie einsperren? Und, was hält dich auf? Du hattest einen guten Start. Mach einfach so weiter. Was sagst du? Du hast ihn freigelassen? Hast du den Verstand verloren? Ich weiß nicht. Wäre das jetzt Battlefield, müsste man eine Ratte töten. Irgendwie habe ich meinen Sohn gesehen. Dieser Händler von der Hansa hat mir die ganze Zeit genervt. Die soll ihm die Kreatur verkaufen. Sagt es, sei eine Verschwendung, die zu erschießen. Und der sehr gutes Geld zahlen würde. Daher habe ich einfach... Zeig mir die Patronen. Klar. Hier, guck. Ich bin auch bereit zu teilen. Ist zu viel für einen alleine. Sag's nur nicht dem Oberscharführer. Ich hab 200 Patronen dafür bekommen. Ich nehme die Hälfte. So, so. Warum laufen Sie hier unten? Es ist nur, dass unsere Schicht zu Ende ist. Dann haben Sie hier nichts mehr zu suchen. Ab, in die Kaserne mit Ihnen. Ja, Herr Oberscharführer! Ach, schau mal. Da hat der Typ dieses Dark One, also dieses schwarzen Baby, an dieser Hansa verkauft. Anscheinend, ja. Und hast du es gehört am Anfang, dieser kurze Nebensatz davon wegen, dass der immer aussah wie sein Sohn? Also, die können sich quasi wirklich in die Köpfe der Leute reinkehren. Es lohnt sich halt echt, da mal zuzuhören, ne, in den Gesprächen hier. Ist ja eigentlich so gar nicht unser Ding, zuzuhören. Bis jetzt geht's dem Spiel ganz gut. Schon so gemacht. Das sind die geilen Neon-Messer. Ich hab's auch schon gemerkt. Das sind 80er. Oh, ist da mit Vieh drin? Das ist aus wie ein mutierter Tiger, oder was? Ich glaub, das hat uns vorhin angegriffen. Z.B. seine Artgenossen. Ne, so eine Art Parvian, oder? Ja, sieht so ein bisschen... Ah, sieht auf jeden Fall gefährlich aus. Ganz schön, nicht schon. Guck mal, wann unser Tagebuch passiert, was hier zu schreiben. Parvil. Ach so, vielleicht sind das aber nicht andere, oder? Mal gucken. Der tote Burhanische Garten war immer ein tödlicher, verlassener Ort. Stalker haben ihn immer gemieden, selbst bevor die Schwarzen ihre Stadt dort gebaut hatten. Ich war die einzige Person auf der Welt, die voller Erwartungen dorthin ging. Aber dieses Mal waren auch ein paar Stalker vom Reich dort. Diese Volkspuristen verlassen sonst nie die Station in der Mitte der Stadt. Wonach suchten sie in den schwelenden Überresten des Gartens? Und warum hat Anna mir nicht geholfen? Sie haben übrigens auch gefragt, warum da keine Schüsse gefangen sind. Ja, das ist ja komisch. Millas Tochter würde mich doch niemals an Quaraden verlassen. Was, wenn auch sie gefangen genommen worden war? Sie ist ein derber Wildfang und scheint mich blick ins Mark zu hassten, da ich nicht wie Hunter bin. Aber ich mache mir Sorgen um sie. Die Übersetzung ist manchmal so geil. Sie ist ein derber Wildfang. Du ziehst auch mal auf meine Frauen. Oh, Vorsicht, da ist Licht. Dicht, Vorsicht. Geh in die Ecke. Ich glaube, lieber vielleicht hier vorne um die Ecke. Ich kann aber auch werfen gleich. Gut, dass du es gesagt hast, dass ich heute nicht drauf geachtet in dem Augenblick. Der hätte gesessen. Ja, da hat man sein Licht schon kommen sehen. Ja, stimmt schon. Aber ich habe es im Augenblick zu spät gesehen. Du hast es noch zu irritiert vom derben Wildfang. Ja, aber echt. Das klingt ja aus der Fassung. Das wird geil, derber Wildfang. Die Volkspuristen. Eine Taschenlampe habe ich nicht. Nee, du hast jetzt, glaube ich, alles verloren, oder? Ja, genau. In der nächsten Folge versuche ich mal in der Pause umzustellen, dass ich nicht Steuerung gedrückt halten muss. Das nervt mich ganz schön. Ja, ich dachte schon, uns ging es schlecht. Stieh, die bringen uns um, wenn sie dich hören. Jetzt gucken wir uns das nächste Vorgehen. Da geht es die Treppe hoch. Du bist gut, aber sei vorsichtig. Wenn sie dich bemerken, bringen sie dich gut. Ich habe übrigens in der ersten Folge ein bisschen gelogen, wo ich doch meinte, von wegen der Konsolenversion sieht auch sehr gut aus. Obwohl es stimmt eigentlich, sieht sehr gut aus. Aber wenn man die PC-Version sieht, merkt man dann doch im direkten Vergleich, wie viel krass besser die aussieht. Hast du es geschafft? Hast du mich gesehen? Ah, nicht, ist der andere Punkt. Das ist der andere Punkt. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass sie die Luftschleuse von der anderen Seite aufmachen. Dieser Knopf von der Wand ist für das Intercom. Drück ihn mal. Okay, drück mal den Knopf. Na los, drück ihn. Ganz ruhig. Oh, guck mal. Du hast gewonnen. Nein, 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 keine Pfad. Drück ihn, wir überlegen uns später, was wir machen. Immer eine gute Strategie. Drück ihn, wir überlegen uns später, was wir gefunden haben. So, jetzt. Jetzt darfst du Panikappen. Schon viel besser. Wart lieber. Ich wünschte, die würden uns alle erinnern. Was ist das für ein Witz? Ich glaube schon, das ist ein Versteck. Fritz, bist du das? Ja. Warte mal, beim nächsten Mal mache ich nicht auf. Das ist überhaupt nicht lustig. Na gut, lass uns Versteck entspielen. Wie bescheuerte Kinder. Fritz. Was ist los? Ich glaube, du kannst den schon noch ausrauben. Ich dachte, er war ja sofort... Ja, es wirkt ein bisschen panisch. War aber gar nicht so panisch. War, 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 schnell. Leute ausrauben muss ja wohl immer Zeit sein. Aber ich finde es total cool, dass das Spiel mich anspricht. Ja? Dass das meinen Namen klingt. Du guckst übrigens zur falschen Tür. Ruhe. Guck mal, jetzt haben wir diesen Indikator. Machen wir aus, Licht. Ne, mach wohl die Tür zu. Aber warte mal, probier doch mal. Ach, guck mal, kannst du rausdrehen? Okay. Das war alles anfassen, kann ja halt. Ja? Probier doch mal mal irgendwie so ein Deckenlicht oder so. Oh, Taschenabbe aus. Wenn du da langschleichen sollst. Jetzt kommt doch bestimmt diese Lernen-Sie-Schleichen-Passage. Aber jetzt sehen wir es an der Uhr. Es ist alles dunkel. Dunkel. Es ist dunkel. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, ob man die Lichter ausschießen kann. Ich weiß nicht, ob es dem Vorgänger ging. Soll ich jetzt ausprobieren, du? Ja, jetzt macht der Lärm. Ja, aber wir haben noch einen Schalldämpfer drauf. Wir haben doch eine Waffe mit Schalldämpfer drauf. Aber weißt du was? Ja. Das lernst du erst in der nächsten Folge. Ach, verdammt, Martin. Ja, zu wenig. Spielverderber. Bis dann. Tschüss.